Was geht ab, Leute? Euer Fripsys hier und zwar heute mit einem neuen Video. Heute in diesem Video geht es auf jeden Fall um die ganzen Emotes, die ich besitze, Leute. Ich werde euch auf jeden Fall zeigen, was für Emotes ich habe und werde euch nochmal zeigen, was meine Lieblings-Emotes sind. Ich habe übelst viele Emotes und glaubt mir, ich habe mir fast jeden Emote gekauft, den ich absolut cool fand. Und ich hoffe, dass euch das Video gefällt. Das ist mal was anderes. Als nächstes werde ich euch da nochmal meinen Spind vorstellen, inklusive den Erntewerkzeugen und den Hängegleitern. Ich würde aber sagen, Leute, wir haben genug gequatscht. Starten wir doch mal direkt mit dem Video. Let's go! Als allererstes, was natürlich gar nicht fehlen darf, Leute, ist hier auf jeden Fall das Küken-Banner. Das Küken-Banner, meiner Meinung nach, muss jeder von euch, der in der Küken-Gang ist, absolut drauf machen. Klar, ich kann es verstehen, die ein oder anderen von euch besitzen das nicht, weil, Leute, das hat man damals in der Season 3 in dem Battle Pass bekommen. Die ein oder anderen von euch waren ja da leider noch nicht so am Start. Also, falls ihr es nicht habt, halb zur Welt. Aber für die, die es am Start haben, mit dieser Farbe und dem Küken-Symbol einfach mal drauf packen, würde mich mega freuen. Küken-Gang, ihr wisst Bescheid. Jeder, der zur Küken-Gang gehört, soll auch Hashtag Küken-Gang kommentieren. Aber es soll ja nicht heute in dem Video um das Küken gehen, sondern, Leute, um die M-Modes. Ich würde sagen, wir fangen mal ganz normal bei meinen grünen M-Modes an und arbeiten uns dann ganz leicht nach oben. Ich werde zu jedem was sagen und ich werde euch auch zeigen, was mein Lieblings-Mode ist, warum ich das mir gekauft habe und so weiter. Genug gequatscht, starten wir mit den M-Modes. Alter, glatt, wo ich es vergesse, Leute, uns fehlen fast 2000 Abonnenten, dann haben wir 400.000 geschafft. Also, lasst auf jeden Fall mal ein Abo, da falls ihr noch hier auf dem Kanal seid, würde mich mega, mega freuen. Hier kommen wir auf jeden Fall zum allerersten Tanz, Leute. Na, 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 die Musik gefällt mir nicht. Das ist die beste Musik, Leute. Das ist voll ekelhaft. Aber die hier... Oh, hold on. Da war einfach keine Musik. Hä? Ah, jetzt. Das ist einfach die beste Musik, Leute. Natürlich ist es halt jetzt ein M-Mode, der kostenlos ist, den auch jeder hat, aber ich feiere den einfach. Gehört einfach zu Fortnite dazu. Jeder von euch weiß es, Leute. Dann haben wir hier Welle, finde ich mega geil, so fürs Thumbnail halt auch vor allem. Ihr wisst ja, ich mache immer die Bilder für meine Videos. Da passt es halt manchmal echt gut, den kann man halt dann sehr gut einbauen. Deshalb habe ich mir den gekauft. Also, nicht alle Emotes habe ich gekauft, weil ich die beispielsweise unbedingt haben will, sondern manche habe ich auch gekauft, um halt schöne Bilder für meine Videos machen zu können. Dann habe ich hier beispielsweise Wunderkerze, habe ich mir gekauft gehabt, weil das halt so ein Season-Ding ist. Ihr wisst es ja selber, das war aus einem Feiertag und deswegen habe ich mir das Ganze gekauft gehabt, weil es eventuell halt irgendwann selten sein könnte. Dann haben wir hier nochmal Trink, Trink, Trink. Ich persönlich finde, wenn sie hier vielleicht Musik reingepackt hätten und Leute das Ganze auf blau hochgestuft hätten, wäre es viel cooler gewesen, da das Ganze einfach nur so eine Bewegung ist und ohne irgendwelche coolen Sounds oder sowas. Finde ich das halt nicht so geil. Dann haben wir als nächstes hier so fertig. Der ist ja neu reingekommen heute, finde ich persönlich mega cool. Feier ich, kann man sich absolut geben. Also, keine Ahnung, sieht halt extravagant aus mit dem Staub und so weiter. Und den kann man auch mega gut für die YouTube-Bilder benutzen. Dann haben wir hier rote Karte, ist auch lange nicht mehr im Shop gewesen. Ihr wisst es selber, Leute, ist vom Fußball-Event gewesen. Ich hoffe, dass der nicht so schnell in den Shop kommen wird, sodass der Emote eventuell selten wird. Dann haben wir hier Salute, benutze ich auch oftmals für meine YouTube-Bilder, also für die Thumbnails, weil man das ab und an mal braucht und auch allgemein ist der Emote mega cool. Wenn man halt jemanden getötet hat oder so, kann man das gerne ausführen und das Ganze sieht halt natürlich ein bisschen interessanter aus. Dann haben wir hier Schere, Schnellpapier. Das darf absolut nicht fehlen, denn, Leute, ab und an ist es mal so, dass man mit seinen Kollegen Schere, Schnellpapier spielt, um eventuell eine Ska oder sonst was. Und dann kann man das Ganze hier benutzen, um diesen Konflikt ganz locker easy zu lösen. Dann haben wir hier Schlenker, an sich mega geil, überlegt mal, Leute, ihr macht einen Sniper-Kill bei 200 Metern und dann macht ihr einfach diesen hier, also diesen schönen Schlenker, also sieht mega geil aus. Habe ich mir auch geholt, weil ich den übelst feiere. Dann haben wir hier Respekt an sich, ist der recht uninteressant. Also ich weiß nicht, ob der damals zum Kauf war oder ob man den so aus dem Battle Pass bekommen hat, aber wenn ich mir den gekauft habe, dann war es eine absolute Fehlentscheidung. Ich bin mir jetzt nicht sicher, kann auch sein, dass es aus dem Battle Pass ist, aber ich finde den Emote jetzt nicht so cool. Dann, Leute, was ich in letzter Zeit sehr oft benutze, oberpeinlich. Ihr wisst es selber, Leute, ab und an mal in den Videos benutze ich das Ganze und ich finde, das passt einfach mega gut dazu. Als nächstes, Leute, haben wir hier langsames Klatschen, benutze ich auch oftmals für die YouTube-Bilder, aber auch ansonsten feiere ich den, denn, Leute, das macht einen übelst aggressiv im Herzen, wenn man jemanden so gehilt hat und dann sowas sehen muss. Das macht natürlich einen übertriebenes aggressiv. Dann haben wir auch beispielsweise Kommdok, den feiere ich auch übelst, wenn man halt einen Gegner gekillt hat oder sowas oder eventuell einen Gegner weit entfernt zieht und dann halt den Emote macht, ist das natürlich mega geil. Ein Emote, den ich sehr lange gefeiert habe, war Klappe die 14. Hat man schön benutzen können, wenn man Videos gestartet hat oder so, war halt mega cool, aber jetzt mittlerweile benutze ich den nicht so oft. Und ansonsten, wenn ich den benutzen sollte, dann halt nur für die YouTube-Bilder, also für die Thumbnails, aber ansonsten, Leute, finde ich den jetzt nicht mehr so cool, wie er mal war. Dann haben wir natürlich hier Jubelstimmung. Jubelstimmung feiere ich. Also es ist ein Emote, den ich echt gerne gekauft habe. Ich feiere den einfach, weil er mega cool ist, Leute, was soll ich dazu sagen? Also wenn man einen Gegner geholt hat, kann man das Ganze schön nutzen oder wenn man den epischen Sieg hat und so tanzt, ist das natürlich mega geil. Ich weiß nicht, ob man den damals gekauft hat, aber Leute, ich bin ehrlich, also ich finde den Emote nicht so geil. Ich glaube, der war sogar kostenlos. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber es ist absolute Geldbeständung. Ich finde den auch absolut gar nicht geil. Ich finde den voll hässlich. Was haben wir denn hier? Beispielsweise das hier, Leute. Fingerwedler benutze ich auch sehr oft für die Thumbnails. An sich auch mega geil. Also feiere ich auch so, nachdem man einen Gegner gekillt hat oder sowas, kann man das schön benutzen, um ihn einfach ein bisschen aggressiv zu machen. Dann, Leute, haben wir die Fingerpistolen. Und by the way, da der nette Herr hier seine Daumen hoch macht, könnt ihr das ja eventuell auch machen. Lasst mir doch gerne mal einen Daumen da, Leute, auf dem Video würde mich mega, mega freuen. Aber auf jeden Fall, Fingerpistole habe ich mir auch gekauft, da man die mega gut für Videos oder allgemein auch für mega coole Sachen benutzen kann. Beispielsweise, Leute, ihr habt eine Granate geworfen, dann macht ihr halt die Fingerpistole und zur gleichen Zeit explodiert. Das sieht dann halt mega cool aus. Dann haben wir natürlich hier auch den seltenen Spray, Leute, und zwar den, ja, Lama-Spray aus der E3. Der Spray muss einfach jetzt hier mit rein, weil, Leute, das ist speziell, ihr wisst es selber. Da brauche ich aber, denke ich mal, nicht viel zu sagen. Habe ich damals 100 Euro für bezahlt, genauso wie dieser Gamescom-Spray. Den habe ich kostenlos bekommen, an sich mega cool, feiere ich. Also geht absolut fit. Dann, Leute, haben wir hier echt heiß. Habe ich mir letztens gekauft gehabt. Ich feiere den Emote. Mega cool, um Leute aggressiv zu machen und allgemein, um das Ganze zu benutzen, wenn man einen geilen Kill gemacht hat. Beispielsweise das auch, Leute. Depp des Gentlemans finde ich, äh, Gentlemans, Gentlemans, Bruder, muss los. Äh, Depp des Gentlemans finde ich auch mega geil. Ist auch cool, wenn man einen Gegner gekillt hat, er einen dann zuschaut und ihr euch einfach nochmal bedankt. Feiere ich. Finde ich auch mega, mega nice. Dann haben wir hier auch noch Weinen. Das ist ein Emote, wo ich sagen muss, dass es absolut kein Fehlkauf war. Das ist auch so mega geil für 200 V-Bucks. Mit Sound und, Leute, inklusive Regentropfen, in Anführungszeichen, normalerweise sind das Wein. Ja, normalerweise sind das eine Träne, Leute, die vom Wein kommt. Aber sowas sind eher Regentropfen. Also ich hab noch nie jemanden so Wein sehen, wo so viel Wasser rauskommt. Und an sich auch mega cool. Normalerweise hätte der Emote meiner Meinung nach die Farbe Blau verdient. Und 200 V-Bucks waren dafür echt nicht viel und ich hab den Kauf nie bereut. Ähm, kommen wir auf jeden Fall jetzt zu den blauen Emotes, die wir hier haben. Wir haben hier natürlich OG, Leute. OG, sein Vater, Alter. Season 2, Zahnseide, Leute. Ihr wisst Bescheid. Übelst fresh. Sehr viele Leute wollen den Emote, die den halt noch nicht haben. Ich persönlich feier den übelst. Dann haben wir hier beispielsweise Vischer. Vischer ist auch ein Emote, den ich übelst geil finde. Gab's auch, glaub ich, in der Season im Battle Pass. Ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher. Aber ich feier den, Leute. Keine Ahnung warum. Aber der Tanz ist mega, mega fresh. Und der Beat passt auch geil dazu. Wackler kam damals mit dem Rabenskin. Den feier ich übelst. Keine Ahnung warum. Ich find den Beat einfach passend dazu. Mega geil. Und wie der Charakter sich natürlich dementsprechend bewegt. Benutzen tue ich ihn in letzter Zeit. Leider eher weniger. Aber was will man machen? Ein Emote, den ich übelst hasse, wenn den andere Leute bei mir verwenden, ist voll ablachend. Das ist so aggressiv, Leute. Wenn ihr irgendwelche Leute hört, die sowas machen. Es ist halt ein Emote, sag ich mal, wo man sich schnell drüber aufregen kann. An sich benutze ich den gar nicht mehr, weil ich mich sehr, sehr, sehr doll darüber aufrege. Dann haben wir hier Saltotastisch. Das ist auch geil. Wenn ihr beispielsweise den letzten Gegner holt, schön nochmal den Salto macht und dann das Ganze in Zeitlupe switcht, sieht das Ganze doch schon richtig lecker aus. Und deswegen finde ich hier auf jeden Fall Saltotastisch mega geil. Und ich finde den, also das war auf jeden Fall das Geld wert. Dann haben wir noch passend dazu. Schrullig. Okay, passend dazu ist er nicht. Aber dennoch blau ist er natürlich. An sich mega coole Emote. Auch der Beat dazu passt übelst geil. Das soll ja so eine Nachmache von Dame Tukusita sein. Also ich habe hier absolut gar keinen Fehlkauf gemacht. Meiner Meinung nach, ich finde es absolut in Ordnung. Dann, Leute, haben wir Sexy Schräglage. Sexy Schräglage war ja mal absolut im Trend, denn man hat ja mega coole Trickshots damit gemacht. Allgemein Leute sind ins Badezimmer gekommen, man hat Sexy Schräglage gemacht und hat sich damit versteckt. Also an sich mega cool. Darf auf jeden Fall in keinem Emote-Inventar fehlen, meiner Meinung nach. Und dann haben wir hier auch beispielsweise super Beinarbeit. Mega geil, feiere ich. Ihr wisst selber, Leute. Battle Pass Season 3, glaube ich, war es. Mega, mega geil. Also feiere ich übelst. Gefällt mir. Ich weiß nicht, ob ich den gekauft habe oder ob der Cosmos dabei war im Battle Pass. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber Leute, er ist auf jeden Fall geil. Dann. Oh, Leute, so geil. Ohne Witz. Mittlerweile mein Lieblings-Emote von der Musik. Also dieser Emote hat die geilste Musik, meiner Meinung nach. Und den Emote an sich feiere ich. Der Tanz ist so richtig entspannt. Man kann sich schön zurücklehnen. Ich könnte mir das echt 10 Stunden lang anhören. Vielleicht mache ich sogar ein 10-Stunden-Video, wo ich einfach nur den Tanz an verschiedenen Locations tanze. Mega geil, meiner Meinung nach. Dann, Leute. Überschwang. Nein. Wir skippen das. Kann ich gar nicht leiden. Zu überschwang will ich nicht mal was sagen. Kann ich gar nicht leiden. Dabei aber unendlicher Depp. Mega cool. Feiere ich. Ist ganz in Ordnung. Ist jetzt nicht so das Beste. Hätte man vielleicht nicht für 500 V-Bucks machen sollen, aber geht absolut fit. Hierbei, Leute, finde ich es mega gut, dass der Emote nur 500 V-Bucks kostet. Meiner Meinung nach sollte das auf jeden Fall ein epischer Emote sein, da er so recht cool ist. Deswegen feiere ich, dass er auf jeden Fall so wenig kostet. Und ich finde auch mega cool. Es gibt bisher nur zwei Stück, die so sind mit Hologrammen und so weiter. Dann, Leute, mit sehr cooler Musik haben wir hier Pumpernickel. Aber, also, Digga, also, benutzen tue ich ihn absolut sicher nicht, Leute. Habe ich mir auch nur gekauft, da man den halt gut für so die Bilder und so weiter auf YouTube benutzen kann. Popcorn gab es im Battle Pass kostenlos, wisst ihr ja selber, Leute. Ist in Ordnung, ist lustig gestalten, aber ansonsten, ja, finde ich den jetzt nicht so spektakulär. Dann haben wir hier Ponyrit. Ihr wisst Bescheid, Leute, darf auch auf jeden Fall nicht fehlen. Ehrenmann, also man weiß Bescheid, Alter. Da brauche ich auch, denke ich mal, nicht viel zu sagen. Eee, was machen sie da? Also auch cool, ich feiere den. Ohne Witz, Musik passt auch dazu, feiere ich. Dann haben wir Orange Gerechtigkeit, Leute. Beste ohne Witz. Beste. Also da kommen wieder die Season 4 Zeiten, äh, wieder hoch. Da erinnere ich mich wieder dran. Also feiere ich übelst. Ihr wisst Bescheid, Leute. Mag ich. Also geht absolut fit. Dann haben wir Niederlagen, passieren auch eine Mode, der übelst auf den Sack geht. Aber der meiner Meinung nach auch mega cool ist. Feiere ich auch. Dann haben wir hier Lass es regnen. Lass es regnen ist auch richtig geil. Feiere ich, also keine Ahnung, ich bin absoluter Fan von dem Emote. Feiere ich, sieht cool aus, finde ich. Und dann, hier haben wir einen Emote, der im Battle Pass dabei war, und zwar kühl kalkuliert. Auch mega cool. Auch vor allem, Leute, habe ich auch ein paar Mal schon für die YouTube Bilder benutzt. Und auch allgemein, wenn man einen Gegner geholt hat, kann man so schön das Rechnen machen. Oder wenn man jemanden mit einem Sniper geholt hat, dann kann man auf jeden Fall so einen aufmachen, dass man das Ganze selber ausgerechnet hat. Dann haben wir auf jeden Fall Knochenlos, feiere ich auch. Äh, mega geil. Brauche ich nicht viel zu sagen. Ist ein Emote, den ich auf jeden Fall feiere. Dann haben wir auch wieder einen Emote, der im Battle Pass dabei war. Auch mega geil. Feiere ich übelst, Leute. Mega, mega cool. Dann haben wir Huhn. Habe ich mir gekauft, weil ich den damals cool fand, aber mittlerweile ohne Witz, Leute, ich kann mir das Ganze nicht anhören, deswegen skippen wir das Ganze. Hier auch eine meiner Lieblings-Emotes, Leute. Gehört auf jeden Fall absolut zur Top 3. Mega cooler Emote, mit dem Niederlagenpassierenden Emote noch am Anfang, feiere ich auch übertrieben. Also geht absolut fit. Ein Emote, den ich übelst cool fand, ist beispielsweise gelobt sei die Tomate. Ist mal was Neues, Leute. Finde ich absolut cool. Ist auch mal ein bisschen lustig gestalten und damit kann man auch richtig coole Sachen machen. Also geht auch absolut fit. Dann haben wir hier den neuen Emote, den wir neu bekommen haben. Ich feiere die Musik und auch den Tanz dazu. Geht auch absolut fit. Also hier habe ich auch meiner Meinung nach absolut keinen Fehlkauf gemacht. Dann haben wir hier Fitnessrunde. Wie wisst ihr selber, Leute, ist von den 80er-Jahren-Skins gewesen. Ja, also naja, habe mir den nur gekauft, damit er in der Sammlung ist. Aber ansonsten gefällt er mir nicht meiner Meinung nach. Dann, Leute, haben wir hier Baltricks. Habe ich mir auch gekauft, weil, ja, Saison-Emote, ne? Ihr wisst selber, Leute, kann eventuell nicht nochmal kommen. Deswegen feiere ich auf jeden Fall. Auch die Musik dazu ist einigermaßen in Ordnung. Dann habe ich hier auf jeden Fall bester Kumpel beziehungsweise beste Kumpel. Feiere ich. Ist ein cooler Emote. Jeder weiß Bescheid, Leute. ist oldschool, ihr wisst Bescheid. Ey, Leute, dieser Emote, Ich feiere den zu hart, ohne Witz. Ich bin absoluter Fan von dem Emote. Also, feiere ich. Keine Ahnung warum, aber es ist, weil es komplett extravagant ist. Ich feiere das, ohne Witz. Da brauche ich nicht viel zu sagen. Gehört absolut auch zu meinen Top 3 besten Emotes. Absolut, Leute, da kann man auf jeden Fall nichts sagen. Dann haben wir Capoeira. Mega cool an sich, aber irgendwie finde ich den nicht mehr so cool. Keine Ahnung. Ich finde, die Musik passt nicht dazu. Da hätten sie vielleicht was cooleres ausdenken können, aber an sich ist es echt ein extravaganter Emote. Dann haben wir nochmal Dab, den ganz normalen Dab, Leute. Geht auch absolut fit, kann man sich nicht beschweren. Feiere ich auch, kann man auch gut für Thumbnails oder allgemein Kills und so weiter verwenden. Dann haben wir hier der Wurm, auch richtig oldschool, Leute. Geht auch absolut fit. Brauche ich auch, denke ich mal, nicht viel zu sagen. Feiere ich auch persönlich sehr. Dann haben wir, Du bist der Hammer, finde ich nicht so cool. Ich mag den Emote nicht. Keine Ahnung. Also ist jetzt nicht so mein Fall. Deswegen gehen wir mal weiter. Hier haben wir beispielsweise Balkons, habe ich mir auch gekauft, weil ich denke, dass er nicht so oft in den Shop kommen wird und ich mag den einfach auch. Die Musik dazu ist mega geil, Leute. Dann auch, wo mega cooler Beat da drauf ist, ist auf großem Fuße und den Tanz an sich feiere ich auch, Leute. Also geht absolut fit. Ein Emote, wo ich sagen muss, war ein absoluter Fehlkauf, ist am Haken. Keine Ahnung, Leute. Feiere ich nicht. Also absolut. Also feiere ich absolut gar nicht. Dann haben wir hier den letzten seltenen Emote und zwar Adler. Also das ist auch sowas, wo mir die Ohren abfallen bei der Musik. Deswegen bin ich nicht so der krasse Fan davon. Jetzt würde ich sagen, Leute, wir schauen uns mal die epischen Sachen an. So, hier haben wir wahres Herz. Ähm, ja. Ist interessant, ist cool, regt einen Gegner übelst auf, wenn man damit auf jeden Fall drum tanzt und ich finde auch die Animation mega cool, die der Charakter währenddessen macht. Dann haben wir hier Tanztherapie ohne Witz, Leute. Ist auch richtig geiler Emote. Keine Ahnung warum, aber ich feiere den übelst. Es ist nicht mein, also es gehört jetzt nicht zu meinen Lieblingstänzen, aber ich feiere den übelst. Also geht absolut fit meiner Meinung nach. Dann haben wir das nächste Hologramm-Emote und zwar Raketenrodeo. Vorhin haben wir das andere gesehen, also geht auch absolut fit, habe ich mir gekauft, weil er mega cool damals aussah und das war als allererstes der erste Emote, so wo so ein Hologramm dabei war. Deswegen fand ich den mega cool und habe mir das Ganze gegönnt. Dann haben wir hier Popsternchen. Alter, ein Emote, der so laut ist, Leute, in Game, ohne Witz, kann man auf jeden Fall übelst damit Gegner attackieren, angreifen und noch was. Dann haben wir Poplock, feiere ich auch. Ist in Ordnung, also geht absolut fit. Ist jetzt nicht der beste Emote, aber ist cool, wie der Typ da rumtanzt, feiere ich. Dann, Leute, mein letzter, also von den Top 30 Emotes hier, habe ich den hier und zwar Lama-Glocke. Das ist mein letzter Lieblings-Emote. Den feiere ich, ohne Witz, keine Ahnung warum, feiere ich übertrieben geil, Leute. Dann haben wir den Russentanz, ist an sich mega cool, aber ich kann mir den Song einfach nicht mehr anhören, der da hinten läuft. Keine Ahnung, geht mir übelst auf den Sack. Ein etwas entspannenderer Emote ist Hula, Leute, kann man ein bisschen zurücklehnen, kann man ein bisschen entspannen, kann man ein bisschen abschalten und natürlich ein Gegner wird es absolut aufregen, wenn man so rumtanzt. Dann haben wir erst letztens, Leute, hier diesen hier bekommen und zwar gut schütteln. Beat passt mega geil dazu und ich finde es auch richtig lustig, wie der Charakter sich hier rum bewegt, auch mega cool, um Leute aufzuregen. Also geht auch meiner Meinung nach absolut fit. Jetzt kommen wir zu den letzten Emotes, Leute, hier haben wir dann Boogie Down, Boogie Down finde ich mega cool, auch mega nice, dass Epic Games das Ganze kostenlos für uns gemacht hat, feiere ich, gefällt mir. Dann haben wir hier beispielsweise Breakdown, Leute, ist jetzt nicht so meins, feiere ich absolut gar nicht, also habe ich auch soweit ich weiß nicht oft benutzt. Dann haben wir hier der Roboter, richtig old school, feiere ich, gefällt mir, kann ich mich absolut nicht beschweren. Wir haben hier Disco Fieber, auch ein Emote, den ich übelst feiere, auch den Beat dazu. Jeder von euch sollte wissen, also die Ehrenmänner unter euch sollten wissen, dass ich auch schon eine 5 Stunden Edition von diesem Emote rausgehauen habe auf meinem Kanal, also das war echt krank, Leute. Hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht, das Video zu machen. Auch ein cooler Emote, ist echt intensiv, keine Ahnung warum, aber ich feiere den Beat einfach dazu und wie der Typ hier tanzt, mega geil, feiere ich übelst, Leute, keine Ahnung warum. Dann haben wir Freestyle, Freestyle finde ich nicht so gut, also feiere ich nicht. Ich finde, dass der Emote nicht so krass ist. Dann als letztes haben wir hier Groove Jam, auch ein Emote, der recht cool ist, habe ich auch schon sehr oft benutzt, ist auch ein Emote, den man benutzen kann, um Gegner aufzuregen, aber ansonsten, Leute, ist soweit eigentlich alles jetzt durch. Soweit ich weiß, haben wir jetzt alles hier durchgearbeitet, ihr habt selber gesehen, Leute, ich habe sauviele Emotes, ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, entweder von meinen Emotes, die ich jetzt hier euch gezeigt habe, was sind eure Lieblings-Emotes und von euren Emotes, was sind eure Lieblings-Emotes, also schreibt mir mal einfach komplett rein, also eventuell sind ja hier die ein oder anderen Sachen dabei, die ihr eventuell nicht besitzt, dann schreibt da rein, frapp seine Emotes, dann macht ihr Doppelpunkt, was euch gefällt und dann meine Emotes, Doppelpunkt, was euch gefällt. Würde mich echt mal interessieren, was für ein Typ ihr so seid von den Emotes her und im Großen und Ganzen, Leute, sollte es aber jetzt auch schon hier mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, was euch gefallen hat, lasst mir gerne mal einen Daumen-Doppe, vergesst auch, nicht zu abonnieren und zu abonnieren, und zu abonnieren, dann würde ich aber sagen, Leute, haut rein, geht mit dem Flow, euer Frips.